Der Rohbau steht schon eine Weile. Wir sind mitten im Innenausbau, aber vom Wetter und so weiter war heute dieser Tag sehr gut geeignet für das Richtfest und natürlich freue ich mich sehr, dass so viel Anteilnahme genommen wird von Jena wohnen. Das zeigt mir doch, dass Jena wohnen sehr an dem Projekt und auch an meiner kleinen Heimatstadt interessiert ist. Das Besondere ist hier, dass das ein Haus aus massiven Holzwänden ist, das diffusionsoffen gebaut ist und das ein sehr gutes Raumklima erzeugen wird. Die Zusammenarbeit mit Jena wohnen ist sehr angenehm. Wir können immer gut miteinander diskutieren. Wir sprechen Probleme an, technische Fragen, die noch von Jena wohnen einfach entschieden werden sollen und die Kommunikation klappt sehr gut. Denkt man in anderen Ländern, Österreich oder Schweiz oder sowas. Auch in Bayern wird mehr mit Holz gebaut. Das ist bei uns noch nicht so im Kopf der Architekten oder sowas. Viele Häuser heute, da kommt viel Estrich rein, viel Putz rein, der schimmelt nachher. Und hier hat man das Problem nicht, weil es im Trockenbau ist. Alles trocken. Ja, na klar ist das was schön ist. So ein bisschen öfters kommt, sage ich mal sowas. Musik 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 Musik